Bitte um Hilfe, benutze das Mikrofon. Oh shit. Scheiße. Herzlich willkommen zurück zu Remothered Broken Porcelain. Wir sind da stehen geblieben, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nämlich, wir haben das Baby hier kurz weggenommen und die Tür wurde uns vor der Nase zugeschlagen. Ich nehme mal an, dass ich hier nicht unbedingt rein will. Wir haben hier ein Versteck. Ja, okay. Das heißt, hier unten ist wohl irgendjemand, vor dem wir uns verstecken müssen. Das ist... Oh. Ah. Wir sind in eine drüben Waffe. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach, ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Bitte um Hilfe. Benutze das Mikrofon. Oh, shit. Oh, hell. Ist der riesig. WTF? Lauf weg. Ja, ich lauf. Ach du. Was? Ich hab's nicht gelesen. Besiege Porzellan mithilfe der Beleuchtung der Käfige. Hier bin ich. Kann ich hier von hinten abstechen? Scheiße, hat nicht funktioniert. Nevermind. Hier ist noch ein Käfig. Oh, okay. Oh, dodge move. Oh, aua, aua. Das hat weh getan. Hier muss doch bestimmt auch noch ein Käfig sein. Jawohl. Was? Er ist aber noch da. Alles klar. Alles klar. Okay, unser erster Feind mit unserem, mit unserem Erzfeind. Der kriecht anscheinend durch die, äh, durch die Vents. Bitte um Hilfe. Benutze das Mikrofon. Okay, das heißt, ich muss nochmal hinter. Wen können wir damit erreichen? Tests. Hier geht's. Wer ist da? Lynn? Kann jeder mich hören? Ich bin hier unten befestigt. Kann jemand mir helfen? Lynn? Lynn, sag mir, du bist da. Wer? 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 Wer, helf! Ich bin hier unten in diesem Sch***halle. Lynn? Lynn? Wenn du da bist, kannst du mich hören? Jimmy? Das colourjus vibhar Menschen. Oh, f hippie. Lynn? Ich bin Alrighty. Ich habe's omegaiert hier. Ich habe es ver faces. Es ist okay, ich verstehe. Ich habe... Jetzt war's. Ja, und du warst über alles. Jen? 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 Wie hast du den Film gefunden? Wir haben viele Filme hier. Das Ort ist nicht so schlecht, nachdem ich... Ich bin nur ein Kleid. Du, du und ich... Gerne? Du bist die einzige Sache, die mir immer wieder fühlt sich zu sein. Ich möchte, von der Angelegenheit beginnen. Oh, ein bisschen Limpf. Ist das eine sehr gute Freundschaft? Oder entwickelt sich da so eine lesbische Relationship? Fühlt sich ein bisschen so an, to be honest. Es wird zwei Jahre im November sein. Ich brauchte einen Rücken über meine Hände. Und Ashman hat seine neue Projekt, das Hotel. Also, hier ist die neue Frau. Was für dich? Wie war die Flemington-Gurls- und... was auch immer es heißt? Es war nicht schlecht, mehr als alles. Also, ich konnte nicht mehr hier sein. Und bevor das? Ich bin weg. Zumindest das ist das, was ich mich erinner. Linh, es ist eine schade Geschichte. Ich habe es in der Vergangenheit. Du fühlst dich immer die Gelegenheit, um es zu wiederholen? Um es zu weißt, um es zu geändert. Wenn du so, um es zu geändert. Du bist eine ganze neue Person. Um es zu wenig Zeit. Es war es natürlich nicht selbst. Was? Warte, ich kann versuchen, die zu verhindern. Hast du es vorhin getan? Nein, aber ich habe es gesehen, wie es zu gemacht wurde. Also, du bekommst eine Professionelle, nachdem du es zu getan hast. Nein, aber ich bin ein schnelles Erleiter. Und das? Achso, hinter mir die Tür. So, dann... Oh, shit. Oh, shit. Die kann zaubern. Ja. Was? Okay. Was haben wir hier? Hm. Oh. Schau an das. Let's go crazy. Was hast du gesagt? Wo hast du das gefunden? Und was hast du mit dem? Oh, ich habe fast vergessen. Du hast es geschafft. Ich habe mich überzeugt, dass wir in der Konzentration teilnehmen sollten. Wir müssen es sofort versuchen. Aber wie? Ich zeige dir. Hilf mir aus. Was hast du gemacht? Sing! But how? Oh, pretend you can hear the music. I'll guide you. Thank you. Thank you. Oh, pretend you can hear the music. We have to leave now. The window. As if. I thought we'll see a little bit of action. You will never run with me. That's traurig. That's traurig. I can't run. 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 There's something wrong about you. I can't run. What's the most kind of fire can't run. I can't run. I can't run. You can run. I have some things. I can't run. I can run. I can't run. I can run. Oh, okay, okay. Wie komme ich da jetzt hin? Nein, nein, nein. Mach was. Das ist die Küchenfrau, die ist eigentlich ganz lieb. Noch was? Triff Lynn in der Garage. Hier ist der Vogel nicht noch hier drin. Heikle Situation, ganz heikel. Stand da gerade. Besiege Porcelain. Na, ganz klasse. Der Endfight. Der Endfight. Ja, nimm den. Huh. Wie, wie? Okay, ich brauche wieder Käfige, wa? Käfig, Käfig, Käfig. Irgendwo ein Käfig. Kann ich hier was machen? Nö. Dein Arsch. Schieß auf die verdammten Hängelampen. Ah, ich verstehe. Verstehe, ich verstehe. Okay, wie mache ich das? Ah. Hier, die Lampe ist kaputt. Ich muss mir merken, bei welchen ich schon war. Die Ecklampen mache ich. Scheiße, ich habe failed. Meine Nase juckt. Scheiße. Ich bin am Arsch. Ich ging wieder daneben, glaube ich. Wir probieren weiter. Na, 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 na. Ich habe ihn wieder gekillt. Und beschütze ihn. Ich habe ihn besiegt. Das war's. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Hier, ah, guck mal, hier hinten. Alles klar. Wow. Die Ender-Tür mussten wir benutzen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich habe keine jemanden folgen uns. Was hast du gemacht? Da 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 da? In der Lautsprecher-Kontroll-Rumme. Ich habe einfach rausgebracht die Kabel. Was hast du gemacht? Ich habe nicht verstanden. Ich habe die Sequenz geschlossen. Du bist frei. Das ist genau das, was sie wollen, was sie machen wollen! Das ist genau das Grund, warum du in diesem Ort bist! Ich... In einer Weise oder anderen, Porcelain hat uns alle gehalten. Wer will jemand anderes nehmen? Und es wird zehnmal weniger. Es ist nur ein Zeitpunkt. Oh, Chen, du solltest nicht sein. Sie werden mir niemals verlassen! Warum bist du in diesem, auch? Entschuldigung, für Gott's sake! Was hast du gemacht? Ich habe dich nicht zu touchieren. Ich habe dich nicht zu tun, was ich nicht zu tun. Ich habe dich nicht zu tun! Ich habe dich nicht zu tun! Und... ... der Kind ist zu schreien, in R.E.M. Es ist ein Ritter, in unabhängig zu sein. Ein Moth... ... ist ein Ort. Und wenn seine Mutter so frei ist, dass so viel... ... mein Freund... ... hat bestowiert es... ... zu... ... ich habe dich gesagt, zu gehen! ... zu... ... zu... ... zu... ... zu... ... diese Gott-Predaken-Plaze! ... ... was das? ... ... sie haben uns gefunden! ... sie haben uns nie vergessen! ... ... warum hast du das gemacht? ... ... Oh, nein! ... 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 Das Mädchen, sie war ihre einzige Hoffnung, um rauszunehmen. Du kennst es sehr gut. Jennifer, sie war deine Frau. Von dem ich weiß, du hast sie auch. Du musst aufhören! Du verdammt Rappist! Wie vulgar! Felt ihn deservedly. Wie konnte ich wissen, dass er er noch nicht capable von conceben? Ich dachte, dass es genug zu erzählen, dass er nur ein Puscher ist. Und dass er ihn für stealier Arianne von mir ist. Du sonnigst! Es war du, der hat so viel insistiert, dass ich dich erinnert habe. Am Ende des Tages, wir haben nur ein Gespräch. Ist das nicht wahr? Jennifer, ich muss... ...to bleiben. Was das bedeutet? Du willst jetzt nicht mehr zu verlassen? Wir sind in tiefen Trouble. Kannst du sehen? Lasst uns unsere Probleme hier. Lasst uns! Lasst uns! Wir können wiederholen! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Was für uns? Das Konzept? Du wirst nicht verstehen? Du musst zu verlassen! Holy shit, Linh! Nein! Es ist kein Problem. Sie werden uns niemals verlassen. Ich gehöre zu diesem Ort. Linh! Du musst mich hören. Put das Ding weg! Nein! 19 Jahre. 19 Jahre. Es ist vorbei. Was ist Lin? Nein, kann nicht sein. ich hätte es für alle gemacht, wenn du es in der gleichen Nacht gemacht hast. Wenn du es in der gleichen Nacht gemacht hast, wenn du es in der gleichen Nacht gemacht hast. Linh! 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 Du wirst es nicht machen, Herr Rushman. Oh, ja, Linh. Ich werde. Natürlich werde ich. Ist Linh Dr. Reed? Also die Frau gerade eben? Ja, Linh. Ja, Linh. Die Frau. Willst du auf einmal stehen? Ich denke mich sehr oft zufrieden. Ich habe mich sehr frustriert. Ich spiele damit. Ich werde mir immer selbst nicht mehr grüten. ich hätte die gleichen Widerstände gemacht. Wie wird jemand, der Anfang gering, die alles spüren, fühlen, wenn diese Person hat bereits verloren wenn sie alles gerne runterfallen müssen. Ich hätte das gleiche getan, wenn ich nur eine Chance hatte. Warum bist du so beschäftigt? Siehst du nicht, was dieses entsetzte Zauberer dich zu führen hat? Ich war nur ein Kind. Du und Wynan. Du benutzt mich! The nuns! Gloria! Sie war deine SISTER! Shut your fucking mouth! Do it! Please, shoot me! Come on! What will the young lady at the reception desk say? The young lady at the what... Who the fuck are you talking about? 5 p.m. Bore a day. She left just after your arrival. There's no one else here besides you and I. Well, almost. We're so happy you came back, Lin. Like old times, remember? Only between old friends. You don't deserve to die. You deserve a much worse ending. You deserve the SISTER! You deserve the SISTER! You deserve the SISTER! You deserve the SISTER! It only slowed down things. The after effects that widened fear! The fracture! The porcelain phase! Nevertheless... You were somehow left linked to one another. And now, you are once again... A secretion! A unified conscience! Let me out of here! Do you not understand that you have come back because he wanted to? And whilst Felton and I desperately searched for a way to use Phenoxel to forget, Wyman replaced the hole in our memories with his own. He inserted his conscience in our minds. And, do you know the reason why he didn't leave this? Fuck off! He was diagnosed with all diabetes. And now you will! His freaking inheritance! I honestly fell into his dad, rather than finding a heart out of his body. He didn't even know his family!